Herzlich willkommen zu meinem nächsten Video und dieses Video ist ein Clash Royale Video mit einem Chest Opening, das ist gerade mein Deck, mit dem ich jetzt eigentlich 28 Pokale habe. Ich bin nicht relativ aktiv und manchmal gewinne ich auf dem und dann verliere ich auch 2-3 Mal. Das mich sehr ärgert, sonst öffne ich mal die Truhen. Ja, ganz okay. Das ist mal die Goldtruhe und dann die Riesentruhe. Hoffentlich ist in der Riesentruhe ein bisschen was drin. Riesenruhe. 974 Gold. Warte, das ist nicht so blendend. 13 Mal püren. Und 122 Kobolde. Ja. Das war es mit diesem ganz kleinen Infovideo und ich hoffe, Sie sehen uns im nächsten Video. Ciao.